Die neue Leica kommt ohne Display auf der Rückseite. Wir können aber ab sofort eine neue Analogkamera von Rollerife vorbestellen und Canon präsentiert ein neues Objektiv für den RF-Mount. Warme Themen nach dem Kälteeinbruch. Fotografics News geht los. Okay, ganz so kalt ist es auch nicht. Hallo und herzlich willkommen. Wie geht es euch heute? Okay, keiner antwortet wie immer, aber ich bin euch natürlich noch eine Antwort schuldig, ob es auf der IFA spannende Kamerathenen zu sehen gab. Die kurze und traurige Antwort leider so wirklich gar nicht. Ich habe die DJI Neo sehen können. Es gab einen Stand von Peak Design. Einige Kodak-Analogkameras habe ich dann auch gesehen und natürlich Kamerasmartphones. Aber alles in allem nicht genug, um dafür ein eigenes Video für euch zu machen. Daher bleibt es jetzt leider dabei. Was sich deutlich mehr lohnt, sind die Summer Deals bei unserem Sponsor Fotokoch. Denn bei eurem und unserem Partner für Fotografie und Videografie könnt ihr noch immer ordentliche Rabatte für verschiedene Kameras abgreifen. Etwa die Canon EOS RP mit 24 bis 50 mm Objektiv für nur 999 Euro. Preis fällt also unter 1000 Euro. Oder die Nikon Z8 für 4099 Euro. Alle Infos gibt es über den Link in der Podcast und in der Videobeschreibung. Thematisch los geht es diese Woche mit der Leica M11D, einer wirklich ungewöhnlichen neuen Digitalkamera von Leica. Denn in dieser besonderen Version der M11 ersetzt Leica das Display auf der Rückseite mit einem ISO-Wahlrad und möchte so für ein besonderes Analogkamera-Feeding sorgen. Das bedeutet aber auch, dass in der M11D derselbe 60 Megapixel starke Vollformat-Sensor sitzt, der auch in der Standard M11 zum Einsatz kommt. Gleichzeitig ist die M11D mit allen M-Objektiven kompatibel, die seit 1954 hergestellt wurden. Technisch auf der Haben-Seite stehen zudem ein 3 GB großer Pufferspeicher, der Serienaufnahmen für bis zu 15 DNG, also Leica's RAW-Aufnahmen oder für 100 JPEG-Aufnahmen, bei 5 Bildern pro Sekunde ermöglicht. Der interne Speicher ist mit 256 GB zudem viermal so groß wie in der Standard M11. Externe Speicherkarten könnt ihr im SD-Format trotzdem einstecken. Das Gehäuse ist, bis auf das fehlende Display auf der Rückseite, weil es gehen dasselbe mit 540 Gramm inklusive Akku, wie die Kamera dann auch genauso viel wie die Standard-Variante. Um Fotos von der Kamera anzusehen, könnt ihr ein iPad oder euer Smartphone verwenden oder halt auch andere Tablets. Dann geht es entweder kabelgebunden oder per Bluetooth mit der Leica Fotos-App ans Eingemachte oder eher ans Aufgenommene. Noch eine interessante Erwähnung auf die Jonathan in seiner News, Link gibt es natürlich wieder in den Shownotes, noch weiter eingeht. Leica integriert seine Hardware-basierte Content-Credentials-Technologie in die Kamera, mit welcher sich die Authentizität von Aufnahmen nachher am Computer überprüfen lässt. Also eine neue Leica M11, aber ohne Display, die einige Jahre nach der Standard-Version erscheint. Da kann man doch sicher noch ein paar Euro sparen, oder? Aber dann wären Leica natürlich nicht Leica. Die M11 kostet 9.350 Euro und ist damit teurer als die Standard M11 und auch deutlich teurer als die M10D, die im Jahr 2018 noch 7.500 Euro kostete. Ausprobieren würde ich sie aber trotzdem ganz gerne mal. Naja. Ah. Ja, da war meine Speicherkarte voll. Falls das Bild gerade ein bisschen anders aussieht, entschuldige ich mich dafür. Ups. Also, ziemlich überraschend auch präsentierte Canon diese Woche. Das 28-70mm f2.8 IS-STM für den RF-Mount. Während wir immer wieder Gerüchte über neue Vollformat-Objektive hören und auch darüber gesprochen haben in Fotografics News, war dieses Modell bisher nicht dabei. Ab September, also noch in diesem Monat, erscheint es jetzt aber für 1299 Euro. Canon-Nutzer bekommen dabei ein nur 490 Gramm schweres 28-70 mit durchgehender Aufmelmelde von f2.8. Trotz der kompakten Länge von nur etwa 9 cm und einem Durchmesser von knapp 8 cm integriert Canon dann auch noch ein Bildstabilisator ins Objektiv und siegelt das Gehäuse gegen Staub und Spritzwasser ab. Der interne Stabilisator soll 5,5 Blendenstufen ausgleichen können in Kombination mit entsprechenden Kameras, sollen dann sogar 7,5 Blendenstufen drin sein. Damit soll es laut Herstellerangaben zum perfekten Reisebegleiter werden. Klingt auch ziemlich plausibel. Konstruiert ist das neue 28-70 aus 15 Linsen in 12 Gruppen. Darunter gibt es zwei UD-Linsen sowie zwei asphärische Linsen. Die Naheinstellgrenze gibt Canon mit 27 cm an. Filter könnt ihr dann mit einem Durchmesser von 67 mm anbringen. Wer direkt zuschlagen will, der kann das neue Könnenobjektiv auch schon jetzt bestellen oder vorbestellen. Shop-Links findet ihr bei Fotografics. Link natürlich wie immer in den Shownotes. Ein weiteres Objektiv gab es diese Woche auch noch, aber diesmal für den Z-Mount. Nikon hat das 50mm f1.4 für nur Trommelwirbel 559 Euro vorgestellt. Damit gehört das neue Objektiv nicht in die S-Linie für die höchsten Qualitätsansprüche. Es passt aber dafür sehr gut zum 35mm f1.4, das Nikon ja im Juni schon vorgestellt hat. Für eine laut Herstellerangaben eindrucksvolle Abbildungsleistung sorgen trotzdem 10 Linsen in 7 Gruppen. Für ein schönes Bokeh soll dann eine Blende mit 9 Lamellen sorgen. Und der Autofokus sorgt dank Multi-Focusing-System für schnelles und präzises Scharfstellen. Die Abmessungen der Festbrennweite liegen bei kompakten 7,5 x 8,5 cm. Das Gewicht liegt bei nur 420 Gramm und erfreulicherweise ist auch das Gehäuse gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet. Das klingt nach einem wirklich guten Deal für 560 Euro. Auch hier gibt es irgendwann im September los und ihr könnt jetzt schon vorbestellen. Das Stichwort Vorbestellen begleitet uns auch bei der vierten News diese Woche. Es scheint wohl irgendwie das Thema der Woche zu sein. Denn die Rollei 35 AF ist an eine etwas kompliziertere Vorbestellerphase gestartet. Über die Kamera an sich habe ich ja schon in einer früheren Folge von Fotografics News gesprochen. Auf YouTube seht ihr die jetzt hier rechts eingeblendet. Inzwischen gibt es auch erste Reviews zur neuen Analogkamera. Ich kann euch das Video von Kai Wong wirklich sehr ans Herz legen. Zumindest dann, wenn euch ein wenig skurriler Humor und die englische Sprache nicht wirklich stören. Zurück zum Thema. Hierzulande erscheint die 35 AF in zwei verschiedenen Farben. Einmal in Chrom-Silber und einmal in Schwarz. Die komplett schwarze Variante kostet dabei 914 Euro. Das silberne Modell geht für 885 Euro an den Start. Bis zum 11. September um 23.59 Uhr der GMT-Time, also es ist jetzt schon vergangen, fand damals eine erste Vorbestellerphase für die Kamera statt. Bei dieser konnten Interessierte maximal zwei Modelle kaufen. In einer E-Mail wies Rollei dann aber noch darauf hin, dass europäische Kunden lieber über rollei.de bestellen sollen und nennt hier den 10. September als Verkaufsstart. Schauen wir dann aber mal auf rollei.de vorbei. Ich habe es euch jetzt eingeblendet. Dann nennt der Hersteller den 17. Dezember als Auslieferungsdatum. Hier ist die Stückzahl zudem nur auf ein Modell beschränkt und es gibt nur eine silberfarbene Farbvariante. Wechseln wir mal rüber auf rollei35.if.com, auch noch eine offizielle Seite. Dann finden wir hingegen beide Farbvarianten. Hier wird die Kamera dann aber als ausverkauft gelistet. Würde ich dort auftauchen, würde man mich womöglich als überrascht listen, denn ich hätte nicht gedacht, dass der Andrang auf eine 900 Euro teure Analogkamera dermaßen hoch ist. Ich meine 35 Euro, Kleinanzeigen, Wechsel der Objektive. Ich fange nicht wieder damit an, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Enden wir diese Woche mal mit einer guten Nachricht aus der Welt der Gerichte. Ich gehe später essen. Ein natürlich kleiner Scherz. Erinnert euch vielleicht an die Meldung zu einer vermeintlichen Urheberrechtsverletzung aufgrund einer Fototapete im Hintergrund von Fotos und Videos. Ein Fotograf, der das Motiv für eine oder mehrere Fototapeten erstellt hat, warnte damals fleißig Nutzer ab, die in deren Fotos und Videos seine Motive dann eben im Hintergrund auftauchten. Damit hatte er auch durchaus Erfolg, da sich viele Abgemahnten lieber auf einen Vergleich einigten, als rechtlich dagegen vorzugehen. Der Betreiber des YouTube-Kanals Whisky True zum Beispiel zahlte dem Abmahnfotografen stolze 3000 Euro. Der Bundesgerichtshof hingegen wies die Revision des Fotografen jetzt zurück. So sei es vorhersehbar, dass Käufer Fotos und Videos von dekorierten Räumen anfertigen und diese auch im Internet teilen. Hätte der Fototapetenfotograf das einschränken wollen, hätte er vor dem Vertrieb darauf hinweisen müssen. Also das Urteil schafft nun eine wirklich wichtige Klarheit für Nutzer von Fototapeten. Die gängige Verwendung der Motive ist in Fotos und Videos grundsätzlich zusätzlich, solange beim Vertrieb nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass man dem widerspricht. Und das gilt sowohl im privaten als auch im gewerblichen Gebrauch. Bietet ihr Fototapeten an und wollt eine Weiterverwendung in Fotos und Videos verhindern, dann müsst ihr das jetzt aber auch ausdrücklich verbieten. Nicht verbieten werde ich euch natürlich ein wunderbares Wochenende zu haben, denn diese Ausgabe von Fotografx News geht zu Ende und diese Woche gibt es auch keine Spezialentkündigungen oder sonstige Spränzchen. Hat euch diese Folge gefallen, dann abonniert Fotografx News doch ganz, ganz gerne auf YouTube oder der Podcastplattform eurer Wahl. Teilt diese Folge mit Freunden, falls sie euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns auch schon nächste Woche wieder. Also ich würde sagen, auf Wiederhören. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020